Hallo und herzlich Willkommen zur gepflegten Lego-Unleitung mit meinem fleißigen Torsten. Dankeschön. Ja, weil noch zwölf Sätze. Geht runter wie Öl. Was bauen wir heute? Fleißiger Tobias. Lego City! Ach, der lässt auch nach. Ich sage, es ist Sauerstoffmangel, wenn alle Töne und Tore zu sind. Alles gut. Irgendwann funktioniert halt direkt. Wir bauen heute irgendwas aus Lego. Ihr habt ja vielleicht die Wand hinter uns schon gesehen. Recycling. Wie viel wir schon gebaut haben. Ja. Wobei das in dieser Staffel schon das letzte ist. Recycling. So ist es. Dritte Staffel. Geht zu Ende. Geht zu Ende. Nach 13 Folgen. Vorzeit sofort. Auf jeden Fall. Wie auch immer. Wie auch immer. Und es wird immer noch kein Let's Play geben. Nein. Auch wenn es technisch möglich wäre. Na gut, wir haben halt die Möglichkeit nicht. Aber es wäre kein Problem. Aber da habe ich auch keinen Bock gehabt. Die Zeiten sind vorbei. Haben wir keine andere machen. Ja, ich habe es versucht. War immer ganz cool. Aber ich habe mich nicht mehr aufgeregt als andere. Wir haben keine andere machen. Ja. Wir beschäftigen uns mit Norvo. Und. Zuhause. Spielen. Wobei Silder Solaris schon cool war. Ja. Ja. Das hat schon. Das hat Spaß gemacht. Aber witzigerweise war. Das meistbesuchte Projekt Theme Parken. Das brauche ich glaube ich. Ja. Für die andere Seite. Nein. Nicht für die andere Seite. Gut. Ja doch. Kommt auch. Ne. Glaube ich nicht. Warum nicht? Weil das 1,2 ist und das 2,1 ist. Das wird seinen Grund haben. Ich kann ihn dir noch nicht nennen. Weil von der Produktion wäre so. Das war so gewollt. Das war billiger vielleicht. 0,001 Cent gespart. Ja. Wegen den anderen Bauteilen. Das kann natürlich auch sein. Diese kommt auch bei Israel an. Verdammt. Das ist hier der Schirm. Den habe ich schon. Ja. City ist bestimmt auch cool zu spielen. Also die Welt hat 2 Kunden. Ja. Auf jeden. Lego City war immer cool. Ja. Damals gab es ja diese Abgrenzungen noch nicht so. Da habe ich sogar einen Fehler gemacht. Wie meinst du das mit Abgrenzungen? Ja damals gab es halt nur Lego. Da hieß das dann Lego Polizeistation oder sonst was. Lego City und Lego dies und Lego das gab es ja damals so noch nicht. Stimmt. Mit den Straßenplatten, die schon 10 Mark gekostet haben für 2 Stück. Ja. Das war schon für Kinder ein halbes Vermögen. Wenn ich sag so. Ab und zu hat man sich dann mal 1 gegönnt. Ich brauche aber eine Kurve. Ja und zack hattest du 2. Richtig. Ja das waren schon Zeiten. Ich weiß gar nicht ob es diese Platten noch gibt. Ja die gibt es immer noch. Gibt es immer noch. Konntest du dann in der einen Ecke Polizeistation und in der anderen Ecke ein Familienhäuschen. Genau. Und hat sich dann noch seinen eigenen Stock zusammen gewartet. Genau. Und hinterher haben sie es dann einfach Lego City gemacht. Ja das ist nicht zu vernünftig. So. Ach das ist der Heckrotor. Mhm. Jo. Der macht ja richtig was her. Hubschraubschraubs. Ja mit Funktion. Also nicht davon zu gehen. Geilo. Heckrotor alles da. Cool. Oh der war eng. Muss du unten lassen. Hammer. Gefällt. Gefällt. Ja auf jeden Fall. Was war der? Hinterhaken. Cool. Hinterhaken ja. Kann er sich ja an den Hubschrauber ran. Das war Staffel 3 liebe Freunde. Ja. Hat wie immer Spaß gemacht. Zeig euch jetzt mal von Weitem eine kleine Übersicht. Ja wir machen ja wieder so ein Special wo wir. Haben wir den anderen auch nicht gemacht. Doch haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Dann gibt es noch ein Special. Dann hat Tobias dann nochmal ran. Ich bleib dann Kameran. Genau. Wieder 2 auf. Alles klar. Dann bis zum letzten Video. Bis dahin. Ciao.